Hier sind sie, die brandneuen Zugänge aus der Galaxy A-Reihe, das A35 und das A55. Bleibt dran! Hallo, ich bin Stefan von ProRoss. Und ich bin Markus von ProRoss. Markus, du hast heute zwei spannende Produkte dabei von Samsung. Welche denn? Von der A-Serie, das A35 und der A55. Jawohl, und ich habe auch beide schon vor mir. Glücklicherweise haben sie zwei unterschiedliche Farben. Das ist tatsächlich ganz gut, weil wenn man sie so vor sich liegen sieht oder in der Hand hat, dann muss man sagen, sehen sie insgesamt tatsächlich sehr ähnlich aus. Und die Unterschiede sind dann eher im Detail. Ich lege sie jetzt mal übereinander und dann gucken wir mal. Sie sind also nahezu gleich groß. Also ich würde sagen, dass das A35 so ein ganz, ganz klein bisschen größer ist. und du hast mal versucht, Zubehör von A55 bei A35 zu verwenden. Ja, das passt nicht ganz tatsächlich. Das passt nicht ganz. Also das heißt, das Case ist tatsächlich unterschiedlich. Also insofern A35 ein ganz klein bisschen größer. Aber ansonsten muss man sagen, hier die Rückseite ist genauso, wie man es von den Samsungs kennt, ans Flaggschiff-Design angelehnt mit den drei Kameras und auch so eine glossy spiegelige Rückseite. Und da sieht man schon, was man nicht so unbedingt sehen will. Den Fingerabdruck. Den Fingerabdruck. Aber zum Fingerabdrucksensor unter dem Display kommen wir gleich noch. Also insofern, vom Finish her ist es aber tatsächlich unterschiedlich, Markus. Also jetzt haben wir hier das Dunkle. Nochmal zur Erinnerung ist das A55 und das Helle ist das A35. Was ist denn da vom Finish der Unterschied? Ja, also das ist schon etwas hochwertiger. Aluminiumrahmen kann man sagen und das A35 hat den Kunststoffrahmen. Das ist schon... Ja, also kann ich jetzt auch verraten, ist, wenn man es so in der Hand hat von der Haptik, ist tatsächlich hier das A55 fühlt sich insgesamt ein bisschen wertiger an, muss man sagen. Ansonsten haben sie aber an der Seite, das zeige ich vielleicht auch mal, dass man das irgendwie sieht, hier so ein bisschen vom Design der Ein-Aus-Button und dieser Laut-Leise ist. Ein bisschen erhaben bei beiden und das ist vielleicht besonders, um zu erwähnen. Und ansonsten haben wir unten natürlich USB-C, Dolby Atmos ist an Bord und ich habe es schon verraten, Face-Unlock natürlich und Fingerabdrucksensor unter dem Display, also nicht hier im Ein-Aus-Button. Dann lass uns vielleicht mal zur Größe des Displays kommen. Das ist jetzt relativ gleich groß, würde ich sagen. Sind das 6,6, wie viel Zoll? Also wir haben 6,6 Zoll und Display ist wirklich genau, also es ist identisch. 120 Hertz haben wir, Full HD+, Gorilla Glass, also das ist eins zu eins das Gleiche. Okay, aber dann lass uns zu den Unterschieden kommen und man sieht es jetzt hier ganz gut, die Frontkamera spitzt hier raus und da glaube ich gibt es tatsächlich von der Megapixel-Anzahl einen Unterschied. Das A55 hat eine 32 Megapixel und das A35 eine 13 Megapixel. Eine 13 Megapixel, also da ist der erste Unterschied. Dann lass uns vielleicht mal zur Hauptkamera kommen. Also wir haben Trippel-Kamera bei beiden, wie man sieht. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Unterschied. Genau, also 50 Megapixel hat die Hauptkamera, die Ultraweitwinkel vom A55-12 und die Makro-Kamera 5 Megapixel, da ist wirklich der einzige Unterschied, die Weitwinkelkamera, also die Ultraweitwinkelkamera, die hat 8 Megapixel beim A35. Okay, also 8 beim A35 und dann 12 beim A55 und dann gibt es noch eine ganz coole Funktion beim A55, das haben wir vorher mal getestet, hier also diese Dual-Video-Aufnahme, wo man sich also selber aufnehmen kann und dann Reaktionen testen. Wir haben uns gerade totgelacht, kann ich euch sagen, im Studio. Aber hinterlasst doch ihr mal in den Kommentaren, wie da eure Erfahrung ist. Fragen Kunden nach, nach dieser Dual-Aufnahme-Funktion ist das wirklich ein Thema. Da sind wir ganz gespannt. Ja, dann lass uns mal auf eine IP-Zertifizierung kommen. Ich glaube, das sind beide Produkte auch tatsächlich klar. Genau, beide IP67. IP67. Gut, Akku, auch ein wichtiges Thema und dann Schnelllademöglichkeit. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, beide 5000 mAh, mittlerweile ja fast schon Standard, kann man sagen und 25 Watt Schnellladefunktion. Okay, auch bei beiden und da ist jetzt bei der Video-Wiedergabe vielleicht bei dem A55 ein ganz klein bisschen mehr Power drin. Hier heißt es beim A35 26 Stunden und hier irgendwie 28. Aber lass uns vielleicht mal zum Power-Management im Vergleich zu den Vorgängern kommen. Was ist denn der Vorgänger, Markus, von dem A55? Also das A54 war der Vorgänger tatsächlich und das A34 der Vorgänger. Okay, also relativ einfach, ist einfach nochmal eine Ziffer nach oben gegangen und da hat sich dann schon auch ein bisschen was getan. Im Übrigen auch beim Chipset, lass uns da vielleicht mal auf das A55 eingehen. Was ist da verbaut? Ja, das hat auch den stärkeren Prozessor, natürlich den Exynos 1480 und das A35 hat den 1380. Den 1380. Ja, so und wenn man jetzt mal guckt, Antutu ist ja immer so ein bisschen das, was dann auch der Benchmark ist. Dann sind wir hier irgendwie bei etwas über 700.000 und hier bei knapp 600.000 und der Exynos 1380, der hier in diesem A35 ist, der ist tatsächlich in dem Vorgänger gewesen. Ganz genau. Also quasi das Chipset vom A54. So, damit ist es auch relativ klar, dass beide 5G haben oder nicht? Selbstverständlich, beide 5G, genau. Selbstverständlich. Dann lass uns mal zum Betriebssystem kommen. Android 13, 14, was ist so ein Wort? Also sind sie auch beide gleich wieder. Wir haben Android 14 und wir haben vier Android Upgrades. Also System Upgrades. System Upgrades, genau. Und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Okay, wow. Also das ist wirklich eine Menge. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt Android 14 haben und die Benahmung gleich bleibt, dann landen wir irgendwann mal bei Android 18 vermutlich. Und fünf Jahre Sicherheitsupgrades ist schon viel. Wertschätzen das denn eigentlich eure Kunden? Also hinterlasst das wirklich mal in den Kommentaren. Da sind wir echt gespannt, weil das ist schon ein Thema bei den Herstellern zum Thema Nachhaltigkeit. Aber kommt es auch bei den Kunden an. Nachhaltig ist natürlich dann auch immer das Thema Speicher. Markus, immer ein wichtiges Thema für uns. Wie sieht es denn hier mit dem Arbeitsspeicher aus? Ich glaube, da haben wir einen Unterschied. Ja, genau. Tatsächlich. Also wir haben natürlich A55, das ist ein bisschen stärker. Wir haben 8 und 128 und wir haben auch noch eine Variante mit 8 und 256. Also das ist vielleicht nochmal, es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Und beim A35 haben wir 6 und 128 und 8, 256. Okay. So, und jetzt ist natürlich zwei Speichervarianten immer eine gute Sache. Aber vielleicht reichen ja selbst 256 nicht. Wie sieht es mit der Erweiterbarkeit aus? Beide erweiterbar bis zu 1TB. Okay, und dann ist es aber halt wahrscheinlich ein Hybrid-Slot, vermute ich. Genau, so ist es auch. Okay, also das heißt, Dual-SIM dann entweder nur ohne Speicherkarte oder wenn die zweite SIM eine eSIM ist. Aber das ist heute ja auch relativ normal. Dann digitales Zahlen, wichtiges Thema. NFC wahrscheinlich bei der Preisklasse an Bord. Bei beiden an Bord, genau. Aber Preis kommt gleich. Lass uns vielleicht nochmal über eine Sonderaktion sprechen. Das sind ja neue Geräte. Da hat sich Samsung was einfallen lassen. Was genau? Genau, es gibt also für die Vorbestellung eine Aktion. Da gibt es dann kostenlose Galaxy Buds FE in schwarz dazu. Wenn man bis zum 30.04.24 vorbestellt, dann lass uns jetzt vielleicht nochmal über den Verkaufsstart sprechen, Markus. Und dann abschließend nochmal Preis. Ab wann geht es los? Verkaufsstart für beide Modelle, 29.03. Und jetzt kommt der Preis. Jetzt kommt der Preis, genau. Dann lass uns vielleicht bei dem günstigen oder günstigeren beim A35 einsteigen. Das heißt, die kleine Speichervariante liegt wo? Bei 3,79. Und hier sind wir bei? 4,79. Okay, also 100 Euro Unterschied. Und jetzt ist die große Frage natürlich, ist das aus eurer Sicht gerechtfertigt? Sind wir gespannt, was ihr in den Kommentaren hinterlasst. Markus, hast du ein Urteil? Ja, also es gibt die Unterschiede und ich finde die Preisunterschiede eigentlich nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ihr das gleiche Urteil fällt wie Markus. Hinterlasst es in den Kommentaren. Und ganz wichtig natürlich, Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke setzen, weil wir brauchen euch. Wir sind nämlich ganz kurz vor der Schallmauer der 2000 Abonnenten. Also insofern gebt Gas, damit wir da sehr schnell die 2000 erreicht haben. Also ich freue mich aufs nächste Mal. Markus, vielen Dank. Bis dahin. Servus.